Moin und Willkommen bei eurem Poketuber Pokémony von der Ostfriesischen Küstenregion Alola! Let's go! Alola und Moin liebe Freunde und Fans von Pokémon TECG World. Heute beginnen wir endlich damit die glänzende Schicksalsboxen zu rippen und wie versprochen wir machen jeden Tag einen Booster auf. Die doppelte Modipod Box setze ich erst mal zur Seite in der Hoffnung dass wir in diesen beiden Karten die gewünschten Pokémon die ich euch einblende im Bild pullen können. Natürlich sind alle Pokémon erwünscht die noch nicht vorhanden sind aber es gibt ja so die ein oder anderen Special Karten wo man sagt die würde ich gerne in mein Team aufnehmen. Dann rippen wir die beiden jetzt. Heute kommt gleich ein längeres Video. Also kein Short. Short T-Shorts. Wo auch immer. Denn heute ist der 15. Wer mein Channel verfolgt weiß was das bedeutet. Denn heute startet das nächste Gewinnspiel. Nämlich das Gewinnspiel Hashtag Superbooster für den Monat März. Ich muss leider sagen ich habe die Sachen an Andy und an Pikarik noch im Auto liegen. Ich habe es noch nicht versendet. Das von Andy muss ich umpacken aus einem Briefumschlag in einen Karton. Denn sobald man etwas außer EU rausschicken möchte. Außer EU rausschicken möchte. Die Schweiz gehört nicht zur EU. Dann muss man das ganze in einem sicheren Karton verschicken. Man darf keinen Briefumschlag wählen. Das heißt ich muss noch einen Karton nehmen und ihn zusammen basteln. Vielleicht mache ich es auch hiermit. Noch eine Platte drüber. Wir haben einen festen Karton. Ich muss mal schauen damit ich das unbedingt morgen rausschicken kann zu den beiden. Denn das hängt mir so ein bisschen nach. Und ganz ehrlich darum schlafe ich glaube ich auch nicht gut. So wir haben die Box auseinander. Die erste hier. Die andere mache ich jetzt genauso auf. In der Hoffnung, dass der behutsame Umgang uns vielleicht einen Pull bringt. Genau. Wir werden heute nur einen Booster öffnen. Aber wir haben für den Rest der Woche dann noch weitere Booster über. Ihr seht 2x3, 6 Booster. Wir haben 6 Werktage. Die wählen sich auch nur als Ding Time. Wir haben hier einmal das Goppel. In einem wunderschönen Artwork. Als Holokarte. Promo. Ich bin überlegen. Ihr wisst ja, ich habe meinen Pokédex in 2, 4, 6, 7. Ein Ordner wird nochmal fertiggestellt. Weil der Kanto und Höhenordner, Joto und Höhenordner muss getrennt werden. In die Perfect Zeit rief. Mache ich mir hier Mortipod einen extra Promokartenordner. Und gehe gezielt auf die Suche nach alten Promokarten, die ich noch gar nicht habe. Wäre das eine Idee? Schreib mal rein. Lohnt sich das, dass ich mir einen Ordner mache extra für Promokarten? Ich kann euch ein, zwei Ordner einblenden. Denn ich sammle kein Master Set. Nein, meine Aufgabe ist es für mich, den Pokédex vollzusammeln. Bis zur Alula Region ist das auch schon geschehen. In Galar habe ich noch einige Lücken. Aber ich hoffe mit der Zeit werden auch diese Lücken langsam gefüllt werden. Mortipod und Skoppel als Promokarte. Setzen wir mal hier in den Background. Na, wenn sie denn stehen bleiben würden. Und ja, dazu natürlich die Pins von Mortipod und Skoppel. Absolut Honey. Haben wir dann die Booster, die ich gar nicht groß in einer Rennfolge haben möchte. Natürlich, ihr wisst es, kommen heute wieder zwei Codes für euch. Wäre schön, wenn ihr mal in das Video schreibt, wenn ihr diese Codes nutzt. Was ihr so gepulst habt. Denn das würde mich interessieren. Da ich selber keine Zeit finden werde, finden kann, das Pokémon TCGO wirklich zu spielen, empfinde ich es als viel sinnvoller, euch, meinen Begleitern, auf meiner langen Reise durch die Zeit durch die Welt der Pokémon, diese Codes zu geben. So, jetzt haben wir sechs Booster hier. Zweimal Glurak, einmal Katapultra V, Rifex, Shiny V und Kramor. Ähm, ich denke, die Reihenfolge ist komplett egal. Wir beginnen heute mit Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag haben wir noch über. Mal gucken, wenn ich aus diesem Booster die Karten pulle, die ich wirklich haben möchte, die ihr im Bild eingeblendet seht, ähm, vielleicht verlosen wir dann diesen Booster. Ich muss mal schauen, ob wir eine extra Verlosung machen, oder ob wir den Booster vielleicht zum Gewinn März dazu packen, ähm, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber, falls ihr meine Videos noch nicht verfolgt und ihr fragt euch, hä, Hashtag Superbooster, was kann ich denn gewinnen beim Poké Money? Dann habe ich für euch natürlich einmal hier den Double Blister, flammende Finsternis mit einem Clash der Rebellen Booster, zwei Booster, ich weiß nicht, ob die überhaupt noch so erhältlich sind zu kaufen. Ähm, diese Karte plus ein, zwei kleinere zusätzliche Sachen könnt ihr gewinnen beim Poké Money, wenn ihr kommentiert mit Hashtag Superbooster, dann werde ich euch irgendwann im Laufe des Monats, wahrscheinlich erst ab 1.04. hin, eine Teilnehmernummer geben, euch zurückkommentieren mit einer Teilnehmernummer von 1 bis zum letzten Teilnehmer, ähm, und unter diesen Teilnehmernummern, die ich verteilt habe, werden wir dann solche Energiekarten nehmen, die bis zu der Anzahl gehen, die teilgenommen haben, dann mischen wir das Ganze und werden dann am 5. April, also am 5. jeden Monat, den Sieger ziehen, was jetzt hier die Nummer 8 wäre. Da wir noch nicht wissen, wer die Nummer 8 ist, ähm, kann ich nicht sagen, wer Gewinner ist, weil das Ganze startet erst heute, drum denkt dran, kommentiert mit Hashtag Superbooster und ich würde mich freuen, wenn wir die Topzahl von, ich glaube, 30 oder 31, ist das Maximum, was, 31, was wir bisher in Teilnehmern hatten, natürlich, umso weniger Teilnehmer wir haben, ist so höher als die Chance zu gewinnen, aber ich freue mich, ich würde mich sehr freuen, wenn ich 32, 33, 34, 35, etc. noch dazunehmen könnte, um so, ja, noch mehr Leuten die Chance zu geben, abzuräumen. Wenn ihr nicht gewinnt, dieses Mal, macht euch nichts draus, denn Pokémon wird bis Dezember durchgehend für euch einmal im Monat dieses Gewinnspiel starten, wo ihr mit Hashtag Superbooster euren Sieg einhinsen könnt. Ähm, kurzes Beispiel nochmal am ersten Mal, ähm, da hat der gute Andy die Pucke-Family gewonnen, wenn ihr gewonnen habt, dürft ihr natürlich dauerhaft mitspielen, aber ich möchte gerne, dass wenn wir einen Sieger doppelt ziehen, das heißt, jetzt im März gewinnt, ähm, Max Mustermann, ich ziehe im April nochmal, ziehe im April wieder Max Mustermann, dann muss dieser Max Mustermann, ähm, das bitte als okay empfinden, dass ich den Sieg nicht gelten lasse, denn dadurch versuche ich, das Doppelsiege zu vermeiden, dass jeder was davon haben kann. So, lasst uns nicht viel quatschen, wir haben gesagt, wir starten heute mit dem ersten Booster, haben das glänzende Schicksal, dann habe ich natürlich hier mein Heft zum Abhaken der Karten, das werde ich mir auch gleich dazu legen, da kann ich nämlich gleich immer abhaken, wenn wir die Woche über einen Booster pro Tag öffnen, gleich abhaken, was ich schon habe. So, jetzt geht's los mit dem Refax glänzendes Schicksalbooster, so, das mache ich vorsichtig auf, denn ich sammle auch leere Booster, nein, ähm, ja, das mit Schere aufschneiden, wie man es von Mighty Tewald und anderen großen YouTubern kennt, ähm, habe ich nicht so viel von, weil ich lieber wieder, ihr habt gerade meine Energiekarten gesehen, denn jede Karte, finde ich, hat irgendwo seinen Sinn und Zweck und darauf keinen Fall in den Müll geschmissen werden, dachte ich mir, kann ich hier immer drei, vier Energiekarten reinpacken, dass wir was drinnen haben und kann dieses dann wieder zukleben, dass der Booster original aussieht, aber natürlich keiner ist, weil er nur für eine Sammlung ist, um später mal zu sagen, Pokémon nie hat alle Booster, die es mal gab, was wahrscheinlich nie passieren wird, dass ich das hinkriege, aber alle Booster, die es mal gab, ähm, einmal als geöffnet da. So, vier Karten von hinten nach vorne, dann haben wir ja den, äh, Shiny Pull, dann tauschen wir die, äh, die, die, äh, Reverse Karte gegen die Rare Karte. Ich weiß gar nicht, mache ich das jetzt richtig? Come on, Leute, ähm, und wir starten mit der Blitzenergie. Hinter der Blitzenergie haben wir ein Arboritos, ein Luxio, die Arena Trainer. Ja, ziehe zwei Karten, wenn mindestens eins deiner Pokémon während des letzten Zuges deines Geners Kampf hochfähig wird, wurde, ziehe zwei Karten mehr, das ist eine nice Karte. Hashtag Topf der Gear Yu-Gi-Oh! Dann Cortini, ein cooles Smogon, in den Galarmin scheinbar. Dann Morpeko, bei einer Party, Subrunge Time. Dann ein Kami Hubs, dann ein Bouts. Hinter Bouts haben wir als Rare Karte, Befehl vom Boss. Hashtag Giovanni. Okay, come on. Und als Rare Pull, als eventuelle Shiny Karte haben wir ein, oh wie süß, ein Evoli. Hashtag Plushy TCG. Ha, haben wir hier einen Evoli Reverse Holo. Das heißt, der Montag startet nicht so gut, aber das soll uns nicht davon abhalten, ähm, Rest der Woche, weitere Booster zu öffnen, um eventuell die drei, vier Karten, die ich euch eingeblendet habe, zu pullen. So verabschiede ich mich heute. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit am Start seid. Ich freue mich auch, wenn ihr mein Video seht, dass ihr kommentiert. Denn Kommentare sind, wow, kribbelt mir mal die Haufe, wenn ich lese. Egal was ihr schreibt, dann kribbelt es einfach. Ähm, drum bleibt am Pokéball, schaltet wieder ein, vergesst nicht, Hashtag Superbooster und bis morgen. Come on. Bleibt am Pokéball. Euer Pokémani. Catch it all.